So, dann geht's ab zu Dr. Wily, bei dem wir die erste Form richtig ruckzuck ausschalten können mit dem Ring-Boomerang hier. Heißt das Boomerang? Keine Ahnung. Halt irgendein scheiß Ringteil, was man durch die Gegend schießt. Äh, wie gesagt, das trifft ihn mehrmals, hört man ja, auch wenn's sich anhält, als wenn man ihn nicht trifft, als wenn er irgendwie so'n Panzer-Bla hätte. Vielleicht hat er das auch, vielleicht, ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt anders töten kann. Und, ja, das ist wie gesagt das Einfachere und jetzt würde es richtig schwer werden. Denn, wir müssen den Kollegen mit dem Drill, äh, wie heißt es denn, Drill? Keine Ahnung, steht nur Drill. Ähm, treffen, können das nur mit der Explosion. Diese Explosion, also wir müssen auf das blaue Teil da umschießen. Diese Explosion erzeuge ich aber nur, indem ich die Feuerknopf drücke, dieses Ding genau vor einem dieser blauen, da ist er tot. Ein dieser lilanen Feuerbälle fliegt und ich nochmal den Schussknopf drücke, dann explodiert das Teil. Die einzige Methode, ihn zu treffen, es sei denn, ähm, ihr habt 95 Energietanks und könnt, äh, den Rush-Chat immer wieder neu anfliegen, diese kleine Strecke und auf diesen blauen Punkt schießen, weil so vom Boden aus kommt ihr da auf keinen Fall ran. Falls natürlich der gute Schein, als Pro-Gamer, das ihr durch einen Zufall sehen sollte, dann kann er mir natürlich vielleicht noch eine bessere Taktik, äh, anschreiben, als das, was ich gerade gemacht habe. So, und das hier ist jetzt das Allerletzte, das ist das Allerletzte. Ähm, wir müssen eigentlich ein Geistchen machen, das ist hier jetzt quasi, er hat sich in seine letzte Kabine geflüchtet, irgendwo unter der Erde, da sind wir jetzt gerade. Und, äh, was wir jetzt hier haben, wir haben diese Maden, die müssen wir leider ein paar Mal mitnehmen, denn wir müssen den Pharoah-Shot vollkriegen, glaube ich jedenfalls, dass wir den voll brauchen. Das ist ja, wie gesagt, schon ein ganz kleines bisschen her. Vielleicht ein Schletz auf mich, dass ich mich überhaupt wieder ein bisschen reingefunden habe in Megaman, denn ab vier ist es ja, wie ich schon mal gesagt habe, ziemlich schwer. Ach, da sind die ersten Dinger Weibknaben gegen, kann man sagen, oder sollte man weisend Spiele sagen, ich weiß es nicht. So, und bei meinem Glück ist es natürlich auch so, ich kriege überhaupt keine von diesen beschissenen Waffen-Magie-Dingern. Waffen-Magie, mhm. Waffen-Äh, Energie-Einheiten. Oh, haben wir mal wieder eine. Natürlich nur klein. Ist ja logisch. Hoffentlich sind die unter euch, die wissen, wo man, ähm, wie man, äh, wann, wann und wo es gibt ja diese Megapros, ähm, die überall durchjoggen, hier und bei YouTube hier ihre Geschwindigkeitswettbewerbe machen und, ähm, noch leben. Und, ähm, ja, man kann den Ring, wo mein Vorhang ging, fast alle Gegner benutzen, da er Panzer bricht. Ähm, ja, okay, äh, jetzt bevor ich hier weiterlabere, ich glaube, ich, ähm, werde das mal so machen, weil sonst wird das hier ein 20-Minuten-Video und ich hab nichts gemacht. Ich werde euch jetzt mal hier rausnehmen und wieder einschalten, wenn ich die Pharao voll habe. Bis gleich. So, jetzt aber, äh, äh, wieder zurück nach dieser tollen, äh, Aktion. Stufen sie ihre Waffe wieder auf, äh, machen sie ihre Waffenenergie wieder voll. Wir kommen jetzt wirklich zum allerletzten, superletzten, etwas in diesem Spiel. Äh, Doktor Wiley, die, ist ja logisch. Und, den kann man eigentlich mit Schießen treffen. Ich bin aber zu blöd dazu, weil mir geht das zu schnell mit diesem... Ihr müsst euch mal daran orientieren, dass ihr dieses Licht seht, kurz, dass er da drinnen ist, wenn er geschossen hat. Ich, mir persönlich ist aber, wie gesagt, viel zu schnell. Ich lade mal den Pharao schluss auf, schieße gar nicht nach unten oder geradeaus, sondern warte einfach mal, bis wir oben müssen springen rein. Das ist, für mich, scheint das die sicherste Methode. Unglaublich, der hier ist wirklich, da ist er schon weg. Trifft mich nochmal. Für mich ist der hier der, der, ähm, die schwächere Version von Wiley. Ich fand den davor viel, viel, viel schwerer. Ja, und, äh, dann... Will ich sagen, ihr schaut euch einfach das Ende an. Ähm, ich will ja jetzt die ganze Zeit zwischenlabern. Gibt ja das klassische Megaman-Auto und mir fällt wieder ein, dass Megaman eigentlich ein ziemlich langes Ende für ein, ähm, Videospiel hat. Muss man sehr loben. Ja, schaut euch an. Für die ein, zwei Leute, die da vielleicht zugeschaut haben, da bedanke ich mich recht herzlich. Ähm, wie gesagt, das ist einer meiner letzten Walkthroughs, äh, da das Publikum ja komplett weg ist. Und, ähm, ja, dann... Viel Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal irgendwann. Euer TheShepherdEddy2. Euer TheShepherdEddy1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020